Servus zusammen, ich bin der Max Mieland, einer der beiden Gründer von Dorkheimer und ich darf euch heute unsere Dorkheimer Hüttenschuhe vorstellen. Bei dem Modell ganz auffällig verwenden wir Verschnittreste von Skisteigfällen, die wir von der Marke Kochalpin bekommen. Die kombinieren wir jetzt in dem Fall mit einem weichen Innenfutter aus Schafwolle, einem angenehm flauschigen Wollfilz als Obermaterial und damit man trotzdem noch rausgehen kann und auch der Schuh ein bisschen rutschfest ist, wenn jetzt der Boden ein bisschen feuchter ist oder auch der Hüttenboden ein bisschen feuchter ist, setzen wir auf eine Gummkorkgummisohle. Der Kork ist hier recycelt, der kommt beispielsweise von unserer Kork Collect Challenge, wo wir die Weinkork einsammeln, zu Korkgranulat verarbeiten und diese dann wieder in diesem Hüttenschuh verarbeiten. Genau, es gibt weitere Farben, jetzt auch hier wieder mit Skifällen, es gibt aber auch Varianten hier mit einem angenehm weichen Wollfilz oben oder auch eine vegane Variante, da ist jetzt hier statt dem Wollfilz ein Filz aus recycelten PET-Flaschen-Farbe. Genau, ich wünsche euch viel Spaß mit den Hüttenschuhen, hier ist auch noch die offene Variante beispielsweise für die Männer, die sagen, ach, ich habe immer einen warmen Fuß. Ja, genau, viel Spaß euch, macht es gut, ciao, servus.